Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der König will alle Magier beseitigen. Er will sie in das Spiegelland verwannen, durch das magische Portal. Manchmal ist der einzige Weg, dich zu befreien, deinem einstigen Feind zu vertrauen. Ich feue! Hallo? Ist hier jemand? Die Snake-Königin, du meine Güte, ihr habt euch auch beworben. Na wunderbar, dann kann ich ja gleich reinpacken.